Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Station Wien-Hütteldorf, S-Bahn U4. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Speising. In Kürze erreichen wir Wien-Speising. Station Wien-Speising. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Meidling, S-Bahn U6. In Kürze erreichen wir Wien-Meidling, S-Bahn U6. Station Wien-Meidling, S-Bahn U6. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Matzleinsdorfer Platz. In Kürze erreichen wir Wien-Matzleinsdorfer Platz. Station Wien-Matzleinsdorfer Platz. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mind the gap. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Hauptbahnhof, S-Bahn U1. In Kürze erreichen wir Wien-Hauptbahnhof, S-Bahn U1. Station Wien-Hauptbahnhof, S-Bahn U1. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Simmering U3. In Kürze erreichen wir Wien-Simmering U3. Station Wien-Simmering U3. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Heidestrasse. In Kürze erreichen wir Wien-Heidestrasse. Station Wien-Heidestrasse. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Prataké. In Kürze erreichen wir Wien-Prataké. Station Wien-Prataké. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Stadt-Lau U2. In Kürze erreichen wir Wien-Stadt-Lau U2. Station Wien-Stadt-Lau U2. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Herz-Herzog-Karlstrasse. In Kürze erreichen wir Wien-Herzog-Karlstrasse. Station Wien-Herzog-Karlstrasse. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Herzog-Karlstrasse. In Kürze erreichen wir Wien-Herzog-Karlstrasse. Station Wien-Herzog-Karlstrasse. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zug nach Wien-Aspan Nord U2. Nächster Halt, Next Stop, Wien-Aspan Nord U2. Endstation, bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. In Kürze erreichen wir Wien-Aspan Nord U2. Station Wien-Aspan Nord U2. Ausstieg in Fahrtrichtung links.